Habt ihr euch auch gewundert, warum die renommiertesten Finanzexperten mit ihren Prognosen für das letzte Jahr ganz schön daneben lagen? 2023 sollte laut Prognosen eigentlich ein Jahr der Rezession werden. Aber was dann wirklich passierte, hat viele überrascht. Wer sich zu Jahresbeginn auf die Prognose verlassen hat, hatte spätestens ab der Jahresmitte einige Verluste im Portfolio. Heute teile ich meine Schlüsselerkenntnis zum richtigen Umgang mit Prognosen mit euch, sodass ihr für das neue Jahr 2024 richtig starten könnt. Euch nicht verunsichern lasst und so gut aufstellt, dass ihr von den Ereignissen profitiert. Als wir vor genau zwölf Monaten ins neue Jahr gestartet sind, sah es gemäß den Prognosen vieler Wirtschaftsexperten düster aus. Auf die hohe Inflation wird eine langfristige Rezession folgen, so schien es. Das hätte bedeutet, dass unser Konsumverhalten zurückgeht, wir weniger investieren, Unternehmen weniger Einnahmen haben, Einkommen sinken, mehr Menschen arbeitslos werden, wiederum weniger ausgeben können und so weiter. Das geschah aber nur im ersten Quartal. Dort hatten wir tatsächlich eine kurze Rezession. Im zweiten sind wir in eine Stagnation übergegangen. Ab dem dritten Quartal ging es schon wieder aufwärts. Ihr habt die anfängliche Rezession und Stagnation zu Jahresbeginn vielleicht daran gemerkt, dass in eurem täglichen Leben die Nahrungsmittel deutlich teurer wurden. Das hat zwangsläufig dazu geführt, dass viele Menschen weniger einkaufen bzw. sich weniger leisten können. Typisch für eine Rezession. Die Hauptgründe für den wirtschaftlichen Rückgang zum Jahresbeginn waren vor allem sinkende Konsumausgaben, steigende Energiepreise und diverse strukturelle Herausforderungen in Deutschland. Dazu gehören der Fachkräftemangel, hohe Steuerbelastungen und schleppende bürokratische Verfahren. Zu einer längerfristigen Stagnation ist es aber nicht gekommen. Ganz im Gegenteil. In der zweiten Jahreshälfte entwickelte die deutsche Wirtschaft wieder eine erstaunliche Dynamik. Das konnte man unter anderem an leicht steigenden Reallöhnen von 0,1% erkennen, aber auch an steigenden Investitionen. Vielleicht wart ihr ja selbst ab Mitte des Jahres investitionsbereiter. Und natürlich, am Aktienmarkt konnte man es auch wunderbar sehen, diese sind nämlich gestiegen. Warum es diesen unerwarteten Aufschwung ab Mitte des Jahres gab, lässt sich im Rückblick natürlich erklären. Das bedeutet aber nicht, dass man das zu Beginn des Jahres genauso hätte vorhersehen und prognostizieren können. Die drei Hauptgründe für die dynamische Wirtschaft waren 1. Eine zunehmende Erholung von der Covid-Pandemie, da die Firmen nicht mehr mit den Einschränkungen zu kämpfen hatten und langsam auch die Wogen der Auswirkungen wieder geglättet wurden. 2. Steuerliche Unterstützungsmaßnahmen der Regierung, darunter Konjunkturpakete, Steuererleichterungen und Subventionen für Unternehmen, die von der Pandemie betroffen waren, aber auch die Förderung von Innovationen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, digitaler Infrastruktur und Elektromobilität. 3. Eine starke Exportleistung, da sich auch die globalen Märkte zunehmend erholt haben und die Nachfrage nach deutschen Produkten stark war und vor allem ist. Es hätte aber niemand genau vorhersehen können, wie sich diese Maßnahmen entfalten, welche unerwarteten Ereignisse dazwischen kommen und wie sie miteinander in Wechselwirkung gehen. Was sagt uns das nun für den Start ins neue Jahr 2024? Ganz einfach. Wir können uns auf Prognosen nicht verlassen. Wir sollten es auch nicht tun. Ganz besonders nicht, wenn es um unser Geld geht. Es kommt immer anders, als man denkt. Und das trotz hoher Mathematik. Das liegt in der Natur der Sache. Wie schon der berühmte Finanzmathematiker Nassim Taleb festgestellt hat, folgen solche prognostizierenden Berechnungen immer einem linearen Schema und beziehen unerwartete Ereignisse nicht mit ein, die aber zur Dynamik unseres Lebens dazugehören. Ein Beispiel dafür war auch die Corona-Krise ab 2020. Vor dem Ausbruch der Pandemie hatten kaum Wirtschaftsprognosen und Modelle die Möglichkeit einer globalen Gesundheitskrise in Betracht gezogen. Sie ginge von einem normalen wirtschaftlichen Verlauf und nicht von plötzlichen Geschäftsschließungen, Reisebeschränkungen oder Lieferkettenstörungen aus. Die Welt war dann aber plötzlich vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt. Sowas können linear mathematische Modelle einfach nicht leisten. So ist aber das Leben. Das ist die Dynamik des Lebens. Hätte ich mich also zu Beginn des Jahres 2023 auf die Prognosen der Rezession verlassen, hätte ich womöglich meine Investition heruntergefahren, in meiner Firma der Noble Metal Factory, Personal abgebaut und wertvolle Talente oder Erfahrungen verloren, sowie unsere Produktivität und Kreativität eingeschränkt. Vielleicht hätte ich mich auch ausschließlich auf eine konservative Finanzstrategie konzentriert und nur noch in sichere, aber weniger rentable Anlageform investiert. Das gehört zwar zu meiner Philosophie, aber eben nicht ausschließlich. Ich möchte ja immer auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein und antifragil bleiben. Ein Glück habe ich mich nicht auf die Rezessionsprognosen verlassen, sondern sie nur als eine Möglichkeit von vielen gesehen. Dementsprechend habe ich vielseitig gehandelt und meine wichtigsten Tipps teile ich jetzt mit dir. Bleibe flexibel in deinen Investitionsentscheidungen und konzentriere dich darauf, Optionen zu haben. So kannst du dich an verändernde Marktbedingungen anpassen und von neuen Möglichkeiten profitieren. Dazu gehört eine stabile Grundlage, mit der du dein Erspartes sicherst, beispielsweise in Gold und anderen Edelmetallen. Weitere sehr wichtige Punkte sind Lebe immer vorausschauend. Denke immer daran, alles ist möglich. Schließe keine Möglichkeiten von vornherein aus. Umarme die Einfachheit. Also lege dir einen einfachen und unkomplizierten Lebensstil zu, der auf persönliches Wachstum und Erfahrung ausgerichtet ist und nicht ausschließlich auf das Ansammeln von materiellen Dingen. Lebe innerhalb deiner Möglichkeiten. Wähle also einen Lebensstil, der zu deinen finanziellen Möglichkeiten passt und nicht von äußeren Einflüssen getrieben wird. Vermeide Vergleiche. Konzentriere dich auf deinen eigenen Weg, anstatt dich mit anderen zu vergleichen, was oft zu unnötigen Ausgaben führt. Unterscheide Bedürfnisse und Wünsche. Es ist wichtig, dass du zwischen grundlegenden Bedürfnissen und begehrten Wünschen unterscheiden lernst. Wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, dich für das neue Jahr finanziell gut und sicher aufzustellen, mach dir gern einen Termin bei mir über den Link in der Folgenbeschreibung und lass uns miteinander sprechen. Du weißt ja, der erste Schritt ist immer der wichtigste. Und es ist wichtig, jetzt zu beginnen, um in der Zukunft abgesichert zu sein. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin, alles Gute, dein Ronny Wagner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sch fiske Sünder. Bis zum nächsten Mal. decayриے B